Gretchen! 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 Ich bin's, bin Faust! Bin deinesgleichen! Ich bin's, bin Faust! Bin deinesgleichen! Ich bin's, bin Faust! Das ist die Welt Sie steigt und fällt und rollt durch ständig Unser Faust nimmt seinen Ausgangspunkt auf der Welt im konkreten menschlichen Dasein im Unzufriedensein im Zu-Kurz-Gekommensein, im Nicht-Genügen Sie klingt wie Glanz wie leicht wie leicht das ist wohl in Welt nur frisch hinunter immer zu das wird dir gleich das Herz erfreuen bist mit dem Teufel du und du und willst dich vor der Flamme scheuen? Das Stück fängt in einer Lebenskrise an wo man sich fragt warum habe ich das in meinem Leben nicht erreicht was ich erreichen wollte und da fand ich das Krankenhaus einen guten Ausgangspunkt für eine solche Lebenskrise und so einen Platz Willkommen! Mein lieber Sohn Halt dich davon vor sterben Könnt ihr sie nur küssen sie ist so garstig, ist so rau das habe ich nicht schon alles schaffen müssen das ist so just in eurer Art ihr seid ein Schein wie ihr nur immer wart Als Goethe Faust geschrieben hat handelte es von einem ungewöhnlichen Menschen in einer sehr gewöhnlichen Zeit jetzt haben wir es mehr mit einem gewöhnlichen Menschen in einer sehr ungewöhnlichen Zeit zu tun ein Mensch und kein Titan deswegen fanden wir vier Faust dafür einen besseren Ausdruck als einen So traurig von Begierde zu Genuss und im Genuss verschmacht dich nach Begierde Ich mag Theater das einerseits konkret ist aber andererseits auch Fantasieräume öffnet dass das Publikum mit auf eine Reise nimmt ich hoffe dass das Stück lebendig wird und man die Repliken auf eine neue Weise hören kann ich habe ihn aber nutziert Nenns Glück Herz liebe Gott ich habe keinen Namen dafür Gefühl ist alles Name ist schall und rau rumnebelnd Himmelsblut Das ist die Welt sie steigt und fällt und rollt beständig Peinreich mir grauts vor dir sie ist von Thron es gibt Schärme sie ist mit sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020